Cannes ist wunderschön, gar keine Frage. Am liebsten würde ich mit euch eine ganze Tour machen, dafür ist aber die Zeit zu kurz und deswegen zeigen wir euch jetzt die drei Hotspots während des Filmfestivals. Los geht's mit dem Palais du Festival, der sich genau hinter mir befindet, wie ihr seht. Hier werden schon die ersten Vorbereitungen für heute Abend getroffen, wenn die Stars dann über den roten Teppich schweben werden. Neben dem ganzen Glamour gehört natürlich auch der wirtschaftliche Teil zu so einem Filmfestival. Hinter mir ist jetzt der Film Market. Hier werden Filme verkauft bzw. eingekauft, die wir dann hoffentlich bald im Kino sehen werden. Unser Hotspot Nummer 3. Meiner Meinung nach das wohl coolste Open-Air-Kino überhaupt. Hier hinter mir werden jeden Abend echte Filmklassiker gezeigt. Kino direkt am Strand. Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! Bis zum nächsten Mal.